Die Reise Die Reise Die Reisen sind aufregend. Ich plane die Reisen. die Reise die Reisen die Reisen das Ticket das Ticket das Ticket die Tickets sind gültig. die Tickets sind gültig. ich zeige die Tickets das Ticket die Tickets die Tickets die Tickets der Zug der Zug die Züge fahren ab die Züge fahren ab ich steige in die Züge 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In einem kleinen Dorf begann die Reise eines mutigen Mädchens. Sie kaufte ein Ticket für den Zug und wartete ungeduldig auf die Abfahrt. Der Zug war groß und laut. Das Mädchen stieg ein und fand einen gemütlichen Platz. Während der Fahrt sah sie viele interessante Dinge. Die Zeit verging schnell. Schließlich erreichte der Zug ihr Ziel. Die Reise war aufregend und unvergesslich für das junge Mädchen. Am Bahnhof angekommen, verließ das Mädchen den Zug und atmete tief die frische Luft ein. Mit einem Lächeln im Gesicht machte sie sich auf den Weg, um die neue Stadt zu erkunden. Die Reise war aufregend. Die Reise war aufregend. Don't forget to hit that subscribe button. If any of the vocabulary slipped your mind, feel free to revisit them or check out our vocabulary playlist to keep them fresh. Thanks for joining our learning journey. Let's make progress together. Subscribe now for your daily boost. See you tomorrow. Bis morgen.